hallo und herzlich willkommen zurück bei der herderinger online ich bin's der black und bin mit bolzendiel hier bei tourmeier dem jäger der mit dem wir letztens mal was abgegeben haben und der hat noch etwas anderes für uns nämlich ein neues ziel wo wir auch noch mal jede menge gemüse bekommen ja oder und die ein gemüse davon werden wir sehen sobald was haben da müssen wir was abgeben jetzt aber erstmal heißt unser ziel wohl ziel und denn hier oben dürfte nichts mehr sein dürfte alles durchgearbeitet haben das heißt ziel und und quasi im prinzip alles abgeben was wir noch so haben kann ich hier ziel und eingeben wie geht es euch heute schnelle reise nach habe das nicht freigeschalten wirst du eigentlich darauf geklickt warum kann ich da nicht hinreisen warum auch immer vielleicht geht es nur mit münzen will aber nicht mit münzen reisen na gut dann leute es tut mir leid ihr wisst was das bedeutet ich hätte mich auch in sich und noch mal binden können und dann dann hier runter reiten können aber hätte hätte fahrradkette wie so schön heißt ich muss den weg jetzt leider doch zu fuß zurücklegen ich werde weil das doch ein recht langer weg ist versuchen den einfach mal raus zu schnippeln deswegen ja sehen wir es gleich wieder so da bin ich und wir sind da angekommen bei diesem nika der hier rum steht und ich habe festgestellt dass hier in dem weg verdammt viele von diesen irrlichtern sind die wir suchen die habe ich natürlich alle weg gehauen da habe ich eine neue tat dazu bekommen nämlich bezwingerin der grimmigen mittelschwer was sollte ich denn eigentlich tun besiegt die grimmigen in forschel nee das ist doch die die ich schon habe mittelschwer ja genau die doch die habe ich bekommen und dann war noch irgendeine andere tat die ich bekommen habe ihr habt irgendwas anderes tat abgeschlossen bzw in der grimmigen nee wir hatten noch irgendeine andere tat die hat wahrscheinlich raus genommen einfach aus dem grund weil ich hier jetzt naja noch eine zweite tat bekommen habe ich wollte die eigentlich aufheben jetzt weiß ich selber nicht mehr was das war sorry leute es war irgendeine neue tat die ab level 50 bekommen habe für irgendeinen skill muss ich bei gelegenheit mal gucken das mache ich jetzt aber nicht jetzt gehen wir in richtung nika ich habe übrigens auch hier noch mal aufgelegt und gucken mal was der von uns will nichts verwandte des winters beschwört und besiegt der rello ich kalt wieder tot neu dazugekommen furoshell gucken wir mal eiswelt kalt wieder tot ist auch ein normale quest das ist gut dann würde ich sagen begeben wir uns auf den rückweg ich muss mir unbedingt diesen gang merken oh nein natürlich ich reite also noch mal hoch toll ich muss mir unbedingt diesen gang merken denn hier gab es sehr viele von diesen typen ich bin schon an mir überlegen wieder zu sagen joe ich kann das wieder raus allerdings muss ich da ganz offen und ehrlich sagen ich glaube diesmal lasse ich aus zeitgründen denn ja so viel hin und her zu reisen erst mal den eingang hier zu finden war ja auch schon eine ganze dinge hier von den gele dingern da war viele da von den grimmigen naja jedenfalls wie gesagt erst mal den eingang zu finden hat ewig gedauert deswegen entschuldigt bitte wenn ein bisschen hin und her reiten auch dabei ist in dieser folge so aber ich gebe mir ja schon mühe sagen wir mal ein bisschen raus zu schnippeln ich werde das vor allem auch dann bin ich sagen wir mal die anderen wie hier die die story quests mache wenn ich die dann zwischendrin habe und dann das da tue also den epos halt so werden wenigstens da versuchen den teil raus zu schnippeln und damit wir die story erleben mehr oder minder ungenossen weil wie gesagt das hin und her das werden wir ja größtenteils schon haben wo es wohin geht ich denke mal da brauchen wir uns nichts mehr vormachen das sollten wir wissen den nehme ich auch mit wie viel brauche ich denn von den 80 wo je war ja eigentlich klar dass es immer doppelt so viel sind wie wir schon hatten den haben wir dieser tüscher der ist uns immer noch auf der spur nun gut dann ist es eben so eben weg ok ja ich weiß ich könnte wieder einsetzen aber scheiß doch und angriff darüber bis bis wir weg sind ist es hoffentlich weg wenn nicht und dann kann ich immer noch einsetzen gleich als erstens gilt oder so so komme ich da hinten hoch sieht so aus von weiten ich bin mir natürlich nie ganz sicher bei der geschichte aber ich glaube ich ich glaube schon ja ich glaube schon entsprechend versuchen wir das auch und hoffen auf das beste so ok hier hier war das genau ja jedenfalls wie gesagt ich bin schon ein bisschen in zeit man ich muss ja heute noch arbeiten gehen und die erste folge will ich wenigstens noch gerendert und hochgeladen habe dass ich morgen quasi das nicht mehr erledigen muss nach möglichkeit auch die zweite und dann gleich noch den rechner ausschalten dürfen das wäre toll ich weiß aber nicht ob ich das hinkriege deswegen ja beschleunige ich das jetzt hat schon lange genug gedauert da hin zu reiten das zweite mal geht jetzt nicht beim dritten mal also ich gehe mal nicht von aus wenn ich hier unten noch irgendwas habe dann kann ich ja einfach hier rüber reiten hier über reisen und uns da dann naja von da aufmachen das war wäre jetzt der ursprüngliche geplant gewesen da oben ist glaube ich der eingang da können wir auch direkt darauf zu reiten wie tun die tun die tun guck mal ich nehme an dass das wieder da drin ist alles andere wäre unsinn wo soll man sonst untot beschwören also bei untoten außerdem kriege ich noch mal paar basen hui ich meine nicht dass das irgendwie ausschlaggebend ist so er reitet zu spät durch nacht und wind es ist bolseniel und die spinnt ich glaube den habe ich auch schon ein paar mal gebracht aber das sind so reitfehler die müssen sein ja ja alles alles was nötig ist für für ein halbwegs unterhaltsames jetzt play damit auch was zu tun hat also wir sind gleich starb müssen natürlich wahrscheinlich uns noch mal rein kämpfen aber ich denke das sollte nicht das problem sein die haben wir keine tat oder tut es mir leid muss ich euch umsonst hauen vermutlich haue ich die ganze umsonst weil ich doch nicht rein muss aber ja hätte fahrradkette werden wir sehen hat ja nicht so lange gedauert sich hier rein zu kämpfen wir haben das schon hinbekommen ich sehe übrigens gerade dass auch die rolle mittlerweile ausgelaufen ist dann kann man die mal wieder nachschieben und das hier und irgendetwas von den fotos auch schon wieder weg aber das soll mir erst mal egal sein man kann ja nicht alle haben blumen blumen weg bist du und jetzt du sehr schön und du natürlich auch eine uralte war sie in so einer base da stellt man vaseline her also also okay weiter geht's kommt euch friere euch ein hier so kommt aber eigentlich seid ihr schon gefroren aber das ist ja egal dann taue ich euch auf und friere euch noch mal ein so wird sein so ich bin übrigens nicht informiert ob ich hier wirklich richtig bin glaube ich wirklich richtig stehe über die ich am ende wenn das nicht dann geht oder so um anfassen anlecken ist nicht weil dann bleibt die zunge kleben aber anfassen auf jeden fall ich will oben die warte noch mal und dann gucke ich wo ich bin und du mein freund komm mal her ja ich bin hier richtig gut ja richtig feinig geworden wenn ich nicht gewesen wäre aber andererseits wo hätten sie sonst sein sollen draußen irgendwo vom tor ja gut da war ja auch diese kleine naja diese ledertelt ansiedlung da er hätte durchaus noch was sein können aber glücklicherweise muss ich rein na dann holen wir uns den typen mal her da ist ja schön und machen die typen direkt mal wieder weg ich hatte es wenn es viel will 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 macht na komm mein träum okay besiegt kein debuff drauf machen wir nur das gut wir müssen unten abgeben gehen dann gehen wir runter und von da werde ich dann wohl wahrscheinlich wenn ich nicht noch mal runter wo es irgendwo anders sind werde ich wahrscheinlich dann eine schnelle reiz nehmen das denke ich mal auch in eurem sinne damit wir da mal durchkommen damit wir endlich hier das zeug durchkriegen ja ja ich weiß ich sollte schon längst level 50 zeugs machen aber naja wird schon noch leute wird schon noch gibt mir mühe es mir mühe zu geben ich bin voll aha ein rufgegenstand warte mal hier habe ich irgendwas was ich nicht braucht das hier zum beispiel das kann raus so kann ich da unten was verkaufen ich hoffe doch ja zumindest verkaufen kann ich dann machen wir das ganz kurz hier handelsfrau und vorratshändlerin ist das auch wieder so ein bärtiger wahrscheinlich alter die hallo spiel möchtet ihr handeln etelevieras das ist aber heute schlimm muss man echt sagen äh flasche mit eiswein behalte ich mal bolteniel ist ja bekanntermaßen säuferin ähm das kann raus hammer der ausdauer da ich kein hämmer träger bin äh kann das raus äh einfaches horn der zusammenkunft ja das behalten wir lege ich ins lager irgendwo ähm nicht dass ich es häufig brauchen werde hier der 2 hinter kann er raus ok den rest reparieren wir gleich mal und dann haben wir hier noch die einige ähm ja das können wir auch mal rausnehmen auch wunderbar äh dann hier hin und das zeug noch und dieses knochenambulett können wir auch gleich nochmal so wunderbar dann hier oben hey ach ich freue mich euch kennen zu lernen exil schulterstück das hat 354 schicksal gibt es bei gebrücke gibt es sofort kraft plus 2200 kraft oh cool kann man auch verwenden blüm äh ich ziehe es mal an weil ähm ist glaube ich besser als das was wir hatten wobei das war muss ich mir in aller ruhe angucken leute muss ich mir in aller ruhe angucken ich wollte auch die matomrüstung so langsam aufmachen und dann da mal reingucken aber wie gesagt das mache ich in aller ruhe dann äh offscreen äh da ähm brauche ich nicht so quatschen und nebenbei so also hier ist nichts mehr nur noch der hintere teil äh das wiederum bedeutet äh wir äh werden hier ganz schnell nach surikorella oder wie auch immer das heißt zurückreisen nr 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 RESULT nr 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 da hat das immer so eine schnelle reise so lange dauert es lädt Leute es läd hab ich doch schon gesagt ne Ihr könnt den Gefährtenbefehl auch irgendwie befehlen, Gefährten zu sein Ähm, ne, weiß ich gar Ähm, hallo, Spiel, danke Oh, was ist denn heute los? Schlimm heute So, ah, guck mal, das ist diese Quest Jetzt müssen wir mal gucken, kleine Fallen Theaterlektion, achso, das ist die ganze Gescheiße nochmal Aber die war doch die ganze Zeit Das haben wir doch permanent gekriegt, oder? Mhm Minus 50% Laufgeschwindigkeit, was? Nee, ähm, lädierte Hirner Mhm, mhm, mhm Was habe ich denn hier reingenommen? Weiß es nicht mehr Hier, äh, Kampfschutz Kampfschilder, ja, ich nehme einfach mal die Kampfschilder Komm, bumm Weil das Zeug ist ja ewig drin geblieben Deswegen dachte ich, ja, du weißt schon, was ich meine So, naja, ist egal, wir gehen jetzt in jedem Fall Mal in Richtung, ähm, unterwegs Kann auch sein, dass die Sagen, ja, nö, die sind nicht hier drin geblieben Sagen so aus So, wir begeben uns, wie gesagt, jetzt in Richtung Der, äh, Gospel Und, äh, werden uns da noch ein bisschen, ähm, gütlich tun Das ist der Plan Äh, denn offensichtlich habe ich da hinten was vergessen Das letzte Mal Ich könnte auch bei Gelegenheit mal die noch mit reinnehmen. Anmorph, der unerbittliche. Ich glaube, die lasse ich weg. Den hätten wir zwar das letzte Mal gerade so knapp geschafft, aber dann müsste ich wieder zurückgehen. Komm. Ja, dann machen wir das so. Komm, ich schmeiße die direkt raus. Fertig ist. Arschgeleckt. So, bitteschön. Haben wir nicht so viel zu tun. Sind nur noch drei Quests. Dann kann ich mich an die Storys, Taten, ihr wisst schon was machen. Und an die Runenbewahrer Quests. Und hast du nicht gesehen. Und das werden wir dann voller Freude tun. Wo bin ich denn da oben? Das ist auch wieder so ein weiter Weg. Naja, was willst du machen? Habt ihr eigentlich auch Heuschnupfen, so wie ich? Ich habe das momentan sehr lange und sehr bequem. Und dieses Jahr auch sehr schlimm. Das ist extrem. Ich mag den Sommer und den Frühling und so weiter. Sofort viel lieber als den Winter. Aber das ist immer nervig. Mit dem bescheidenen Heuschnupfen. Aber, naja. Das nehme ich lieber in Kauf. Weil im Winter habe ich auch Schnupfen. Insofern bin ich dauer-schnupfig. Schade. Das Problem ist, dass die ganze Geschichte Oh, guck mal, wer da ist. Dass die ganze Geschichte hinten im Hals mehr oder minder sich fest setzt. Und jetzt hat es da auch noch Halsschmerzen. beziehungsweise, wenn es wenigstens Schmerzen werden. Das ist ein ganz nerviges Jucken. Ein Jucken im Rachen. Ich lutsche da immer mal einen Bonbon dazwischen, damit das funktioniert. Den moeten wir nachher auch direkt mal eins holen. Naja, okay, machen wir später. Wir können ja schnell Reise nochmal zurückgehen. Aber jetzt nicht nochmal. Und jetzt gehen wir erstmal dahin, wo wir hingehören. Ich glaube, das hier war dahinter eingangen. Nehmen wir den gleich. Wobei, dann brauchen wir ja nicht durchs Tor vorne gehen. Jo, wird zu werden. Lalalala. Lalalala. So. Jetzt juckt es auch noch an der Stelle. Überall juckt es jetzt. Also, wir haben es aber fast geschafft. Wir sind beinahe da. Und dann sind wir auch mal aus der Eisgegend raus. Ich freue mich ehrlich gesagt schon, mal wieder was anderes zu sehen als Eis. Die Gegend gefällt mir durchaus auch. Aber ich bin jetzt nicht so der Schnee- und Eis-Fan. Muss ich ganz offen sagen. Weder im Videospiel noch in echt. Liegt halt daran, dass ich im Gebirge wohne. Und dass es hier so oft genug Schnee und Eis gibt. Aber was willst du machen? So. Urarix sollen wir hier besiegen. Das war ein Eiswind. Den hatten wir eiskalt vergessen. Und deswegen holen wir das jetzt eiskalt nach. Ganz eiskalt bin ich da. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich da dann die Folge beende. Und beim nächsten Mal wieder nach Suri Kühler zurückreise. Und von da dann weitermache. Bzw. ich werde wahrscheinlich offscreen mal nach Brie reisen. Und da wieder ein bisschen was raushauen. Das könnte ich zwar auch da oben. Aber dann weiß ich wenigstens, dass ich zurückreise und ich stehe sicher. Wäre auch was. Jojo. Mach ich so. Hab ich so beschlossen. Okay. Wir sind fast der Eiswandler Hauptmann. Ich glaube, ich muss hier nochmal durch. Da ich nicht weiß, wie viel noch vor uns ist, bevor wir auf den Typen stehen, ich glaube, das ist so, ne? Äh, ist er nicht. Ähm. Werde ich wohl oder übel nochmal alles verkauen. Einfach aus Gründen der Gründlichkeit. Nicht, dass wir am Ende wieder so viele hinten dran haben. So. Muss ja nicht sein. Okay, der ist hin. Äh, da ist noch ne uralte Vase. Selbstverständlich nehme ich die auch mit. Und da ist der Rarikari. Ich dachte, den hätten wir schon mal. Aber, äh, kann auch sein, dass wir so anders gehauen haben. Oh. Hallo. Äh, ich wollte hier nur die Vase. Ich bin, äh, Archäologe. Nicht wie du, du bist Archäologe. Mit STH. Und ohne E. Äh, ha. Lalalala. Vase haben wir gleich. Und dann hauen wir den weg. Und dann, äh, reißen wir weg. So machen wir das. So, jetzt schneit's auch. Oh, Mist. Das war der Ruf. Äh, ha. Könnte mal die Hoffnungsmünze mit, äh, mit reinhauen. Äh, weil wir haben ja eh jetzt, wenn man so ein Traum da. Und damit, damit ich in Hoffnung schadet nie. Okay, äh, den hätten wir, mal gucken, ob der Eindringlich auch noch mit dazu kommt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich hab mir das gedacht. Äh, ist egal. Den hauen wir so neben, nebenbei mit weg. Der, ja, ist ja ganz leicht. Manu. Oh, da hab ich mir so Sorgen gemacht. Den hätte ich so im Handstreich mitnehmen können. Aber hätte, hätte, verraten. So. Äh, soweit, so gut. Äh, wo soll ich das eigentlich abgeben? Auch da oben ins Kyrie-Kühler. Wir werden es, wie gesagt, so machen, dass ich jetzt nach BD reise und mich da ein bisschen, äh, gütlich tue. Äh, alles raushaue, was nötig ist. Mal gucken, wegen der Rüstung und so. Und, äh, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Beim nächsten, also in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis denen. Tschüss.